Was, Digga? Bruder, ich sag dir, ich verkack nicht einen Eintude, du bist trotzdem höher wie ich Digga, wie geht das? Nee! Erschließ dich nicht! Nee! Schau, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass es ein oder zwei Teile von einem kleinen Prank auf Twitch gab, wo ich tatsächlich Rias an der Stelle... Hallo, Rias. Moin, moin. Man sieht hier Rias nicht, man kann nur Rias' Hand sehen. Rias winkt nochmal ganz kurz in die Kamera auf Ehre. Das ist Rias, Leute, jetzt wisst ihr, wie er aussieht. Damn, Alter. Rias auf jeden Fall dann für mich im Stream gespielt hat und jetzt, meine Freunde, kurz nach dem Streamen, Also, ungefähr anderthalb Stunden zu spät. Lieber Standardskill, Grüße gehen raus an dich an der Stelle. Werde ich ein 1 gegen 1 gegen Standardskill spielen, beziehungsweise nicht ich, sondern Rias. Wir machen das gleiche wie im Livestream. Ich hab nur diesmal TeamSpeak auf der Push-to-Talk-Funktion. Das heißt, ich kann mit Rias ganz nebenbei ganz entspannt quatschen, mich ein bisschen lustig über Philipp machen, der, by the way, keine Ahnung hat, was hier gleich passiert. Und ich hoffe, dass wir Philipp im 1 gegen 1 mal ordentlich stompen werden, meine Freunde. Ich würde sagen, mehr Erklärung braucht's gar nicht und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es losgeht. Philipp, ich freue mich drauf. An der Stelle, meine Freunde, nochmal ganz kurz aus dem Off. Es ist 22.52 Uhr. Rias sitzt immer noch hier, Jodie auch. An der Stelle frage ich mich, wie kann man Lambo fahren und so langsam sein? Grüße gehen raus an Philipp. Hallo. Philipp, Junge, Alter. Ja, ich bin da drin, Digga. Ja, du bist pünktlich, ne? Ja, ja, Digga. Ich seh's, ja? Wo bist du? Ah, du bist schon in-game? Okay, ich lad dich ein. Ich lad dich ein, komm, ich lad dich ein. Let's go. Du hast jetzt richtig verkackt, weißt du das, ne? Warum? Ich hab jetzt noch mal eine Stunde geübt. Du denkst, du bist krass geworden oder was? Ich würde nicht sagen krass, aber ich würde schon sagen contestable. Also, ich bin auf jeden Fall besser geworden. Okay, wollen wir rein? Ja, gerne, gerne, gerne. Spielwiese Nummer zwei, okay. Let's go. Ich mach kurz Anmoderation. Du bist so dumm, ich hab doch schon eine gemacht. Egal. Okay, drei, zwei, drei, zwei, eins. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Und heute ist mir dabei stand, dass ich Philipp, wie geht's dir? Digga, du wirst rasiert, Junge. Was willst du von mir? Alles klar. Warte mal ganz kurz, ich muss dich ein kleines bisschen lauter machen beim TeamSpeak. Moment. Ja, mach mich lauter, dass die Leute mich auch richtig hören, wie ich dich rasiere. Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir spielen jetzt mit Normal Pump, ohne Minis, mit Fallschaden, glaube ich auch. Wir haben hier eine 1v1-Map. Philipp, bist du ready für das 1v1? Digga, ich bin echt gespannt, was drauf ist. Wie verbessert das? Okay, Bruder. Ich würde sagen, drei, zwei, eins, go. So, auf geht's. Jo, Junge. Erstmal 390s hier, ne? 390s so wie immer. Oh mein Gott, guck dir meine 90s an. Clean, Junge. Oh mein Gott, ich hab High! Ja, ich hab grad auch. Du baust ab, Digga, du ekliger Mensch. Ich bin hier, ich bin hier. Ich hab High-Ground. Bro, ich hab High-Ground. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. L2 oder was? Oh, der war gut, Digga. L2-Spam, sagst du? Oh, der war gut, Digga. Die Shotgun, Alter, die schmeckt. Oh mein Gott, da stand's grad so offen, ich hätte dir so den Rücken schießen müssen. Der hat getrapped, Bro. Der Shotgun nicht, ne? Oh. Oh Gott, Junge. Er rafft einfach gar nichts, man. Er checkt's nicht. Oh! GG, Digga. Digga, das war ein cleanes Ding, Alter. Runde 2. Bis wann spielen wir? Bis 10? 5, Digga, oder? Ist mir egal. Bis 5? Okay, 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, ich hab gechokt, ich hab gechokt. Ich war zu langsam, ich war zu langsam. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich bin so langsam im 90s cranken, Alter. Ja, er geht mir mit AR oder was? Lass ihn mal holen. Okay, okay, okay. Das ist der erste Hit, Digga. Ja, wird nichts, wird nichts. Oh nein! Da neben, Digga. Gib mir L2! Du Schwein! Nein! Nein, 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 nein! Junge, ich boxe nicht. Nein! Man muss es ja auch ein bisschen glaubhaft gestalten. Ja, Philipp, keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Junge. Du hast mich auseinandergenommen. Was soll ich jetzt sagen? Aber das Ding ist, guck mal, ich will dich hier auch nicht zur Null aufführen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist irrehaft von dir. Dann... Letzte Runde crankst du richtig schnell. Ja, da hast du gerade was für nervös. Ich habe es gemerkt. Ja, ich habe ein bisschen gechockt. Okay, again, let's go. Bruder, meine 90s langsam. Es ist immer noch schneller als deine. Combat Shotgun wäre down. Oh, da kommen die Cones. Ich weiß schon wieder. Du hängst wieder halb in deiner Facecam. So konzentriert bist du gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Ja, warte mal. Oh, Dicker. Diese ekligen Shots. Ich bin so low. Oh mein Gott, Sura auch. Du bist low. Junge, wie viel HP hast du noch? 39, Dicker. Ich hatte zwei HPs. Du hast irgendwie hochgeworden. Du hast über dir auch eine Rampe, ne? Ja, war ein bisschen dumm von mir, glaube ich. Das ist gerade ein bisschen gefettfingert. Egal, again. Let's go. Drei. Wir können es ruhig noch einmal wegholen lassen und dann rasieren wir ihn komplett. Okay, let's go. Ich komme zu dir. Okay, Philipp. Jetzt gebe ich dir, Bruder. Jetzt gebe ich dir komplett. Okay, bist du ready? Ja, ich bin ready, Dicker. Jetzt bin ich gespannt. Okay, okay. Oh mein Gott. Nein, Digga. Code mich doch nicht, du Ekliger. Was denn? Hör auf, ich zu blocken. Hör mal auf. Der Hit saß. Ich schwitze gerade so sehr. Das ist der Ping. Und der Gaming-Stuhl. Bist du runtergedroppt ein bisschen, ne? Ja, ja. Kann das sein. Nicht schlecht, Digga. Ja, aber nicht gut genug, Digga. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Wo bist du der Revier? Oh! Nein! Ich dachte, ich könnte es schaffen. Mit dem Edit. Da kommen die Hits. Und wie das die Hits sind. Alter, Philipp. Da habe ich dir die Ehre genommen, Junge. Im Drop. Ja, ja. 2-2. Auf geht's. Stark, Mann. Okay, Leute. Er kauft's komplett. Ja, aber das kommt noch. Du wirst noch warm, Bruder. Keine Sorge. Okay, let's go. Ja, Digga. Ich mach. Oh mein Gott, Junge. Alter! Ey! Entspann dich mal, Junge. Du kleiner L2-Fahrer da unten, Junge. Oh! Nee, hab ich nicht. Schusswand. Schusswand, Junge. Komm ran, komm ran. Komm ran. Alter! Oh mein Gott, Junge. Stark, Mann. Hast du... Aber siehst du, wie ich Bauen üben hab, Digga? Ja, ja, Bauen gerichtet. Ist schon gar nicht schlecht so. Ist stark. Aber trotzdem, Aim muss... Aim, da fehlt noch ein bisschen Aim, Digga. Ja, da fehlt noch ein bisschen Aim, du hast recht. Was ist los, Digga? Du Schwein, Junge. Oh mein Gott. Alter. Diese L2. Andere leben. Das waren gute Hits, Digga. Gute Hits. 3-3. Aber du hast mir auch gute Hits gegeben, Digga. Ich hatte keinen Shield mehr. Peek mich. Komm, peek mich. Komm da raus. Aus deinem Loch. Und das ist ehrenlos, wie er mich runterschießt. Ey, Philipp, du kannst nicht die ganze Zeit Lowground spielen. Das machen wir nicht. Ja, Digga. Ich bin runtergefallen. Das ist ein 1v1, Junge. Ich bin runtergefallen. Das geht so nicht, Alter. Bro, ich kann doch hier doch nix. GG. Okay, flex es mal komplett hart. Zieh mal komplett... Nein, du bist nach oben durch. Außerdem, Digga, wir müssen mal Seite wechseln. Das ist hier irgendwie... Ich weiß nicht, Digga. Das ist irgendwie hier... Warte mal, ist das die hier? Seite wechseln. Können wir machen. Leute, rafft nichts, Mann. Okay, Junge. Schau dir das an, wie clean die aussehen bei mir. Oh mein Gott. Philipp, was willst du dagegen machen? Guck mal, du bist 10 Meter unter mir, Junge. Ja, GG, Digga. Wo denn, hä? Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Das ist der psychische Druck, den ich dir gebe. Dieser andere Druck, Alter. Oh, Junge, grassiert! Ohohoho, Philipp! Was denn? War ganz okay, ja. War ganz okay, sagst du? Bruder, ich will... Ich sag dir ganz ehrlich, ich will null warm gespielt, Junge. Lass mich mal hier warten. Das ist komplett passiert. Hör mal auf, ey, von da unten, du Hund. Junge, Respektschelle! Zu wem hattest du denn noch? Äh, 71. Es steht 5-3, aber wir cranken noch ein bisschen weiter. Let's go. Ich hab so geschwitzt dafür. Ja, es war ein guter Hit gewesen, der eine. Der hat halt... Ich glaub, das war sogar 100 da. Ich geb dir bis 7, ich geb dir bis 7. Von mir ist auch bis 10. Hör mal auf, ey! Hey, Digga, er schießt nicht! Er schießt nicht! Ja! Loll! Digga, ist das schlecht, Digga! Ich schwöre auf alles, es lag, Digga! Loll! Digga, ich steh vor dir, er schießt nicht! Du hast halt nicht gedrückt? Bruder, du musst deinen Controller auch betätigen, wenn du mich töten willst. Digga, ich treff nicht einen Schuss, Digga. Das ist so krank, Digga! Oh! Mh, nice, 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 Philipp! Digga, ich schwöre auf alles, es lag, Digga! Ich steh vor dir, ich kann nicht schießen! Jetzt kommt ihr Ausreden, Bordi, jetzt geht's los! Das sind die PC-Lobbys! Immer so! Willst du mir jetzt die Schuld geben? Okay, jetzt war ich schon der Edit! Okay, du machst den Edit, edit du dich durch die Wand! Okay, fang an, wenn du willst! Gucken, wer zuerst oben ist! Ich glaub, das bin ich an der Stelle! Wie der Kopf da durch, guck du Süßling! Du wartest noch auf meinen Edit, ne? Aber du kriegst ihn nicht! Komm, Bro, ey! Nein, mach ich nicht! Hör auf, wieder abzukämpfen! Hör mal auf! Hallo, was ist denn das für eine ehrenlose Sch*** hier, Philipp! Guck mal, Junge! Loll! Lack doch nicht, 199er, One Pump in die Fresse, Alter! Ja, Diggy, nice! Er rafft's nicht, er rafft's nicht! Er hat nicht den Hau reiner Chance, Alter! Es ist so gemein, was ich hier mache! Loll! Digga, das... Das, äh... Also ich werde jetzt keine Ausreden suchen oder so, du bist echt gut geworden, aber... Äh... Ja... Oh, guck mal hier! Der ist für dich, Philipp! Der ist für dich! Ah, lol, Digga! Der ist für dich, du Bot! Digga, zock du mal Playstation erstmal! Ich mach dich richtig salzig heute, Junge! Oh! 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 Was ist hier los, Digga? Oh! Ehe genommen, Digga! Ich wollte dich pickaxen, du Schwanz, Alter! Ehe genommen! Jetzt werde ich warm hier, Junge! Jetzt komm, Junge! Okay! Pass auf, wenn du jetzt warm bist, das war alles nur eingespielt, dann machen wir jetzt so einmal bis 5, okay? Okay, Digga! Auf Endtryhard! Let's go! Zerstören komplett, Junge! Was? 5-0! Gib mir 5-0! Guck mal hier, guck mal hier! Du weißt gar nicht, wo ich aufmache, wo ich zumache! Mausrad, Junge! Und zack! So, Philipp! Das war gut, Digga! Also, Edith hast du echt mittlerweile gut drauf, muss ich sagen! Danke dir! Ich hab auch wirklich krank geschwitzt mit meinen Jungs! Wahrscheinlich hab ich krank geschwitzt, oder? Ich bin komplett abot! Ist mir ganz egal, was du hier machst, Junge, mit deinem L2! Guck dir das an! Okay, Junge! Meine Rotation sitzen! Sidesteps! Sidestep! Hoch! Cone! Hoch! High Road! Shot! High Road! Ohhhh! Ja, war unfair! Ich muss grad mein Mikrofon einstecken! Klingpunkt gönne ich dir! Komm, das schenke ich dir, Philipp! Auf meinen Nacken! Du musst jetzt stompen! Er ist aber nicht schlecht, ne? Jetzt leider hab ich raus, wie du spielst, Digga! Oh, Junge! Ohhhh! Was mit deiner Laune grad? Und wo geht die grad hin? Digga, ich bin gut drauf, so! Also, Digga, wenn du wirklich Serious 1 gegen 1 machen willst! Steht 3-1! Ja, warte, ich geb dir noch von hier oben Headshot! Also, wenn du magst, würde ich dich einfach wegholen! So, 4-1, ne? Ja, wenn du das zählen willst, dann weh, Digga! Ey, wenn's so salty, Leute! Ich lieb's, Alter! Ich lieb's, Mann! Das ist grad mein Life! Okay, 3-1! 3-1! Den gönne ich dir! Was, Digga?! Knappes Ding, Alter! Loy, solch einen Lack hast du, Junge! Lack, Don! Ich hab dir ins Gesicht geschossen! Was für Lack! Das sind diese Frame-Vorteile! Ich spür auf alles, Junge! Kennst du nicht das Video, wo Playstation schneller schießt als PS4? Playstation schießt schneller als PS4! Es gibt ein Video darüber! Also, du meinst PC als PS4? Ja, ja! Ja, durch FPS halt, klar! Aber dafür habt ihr L2! Ja, natürlich, Digga! Das sind immer die Ausrede vom PC-Spieler, so, weißt du! Pickaxe, Pickaxe! Oh! Oh! Philipp, Junge! Das war echt gut! Ja, GG, Digga! 5-1, Junge! Bist der faire Gewinner, muss man sagen! Ey, du hast komplett kassiert, ne? Warte, ich stell dir nochmal 1! 5 zu... Also, Bruder, ich sag dir, wenn du wirklich Serious 1 gegen 1 machen willst, sag mir... Du bist echt gut geworden, muss ich sagen! Das will ich jetzt nicht beschreiben, aber dann sag mir nochmal Bescheid, wenn ich ein bisschen warm gezockt hab, alles! Hey, das war aber auch nicht schlecht von dir, Philipp, muss ich ganz ehrlich sagen! Ja, das war okay, Digga! Kennst du Power Ranking? Was ist Power Ranking, Digga? Power Ranking halt, wo alle Leute gelistet werden in Deutschland! Nee! Schwersteht aus allen Tournaments, die gespielt worden sind, ne? Wenn ich jetzt Power Ranking richtig hoch wäre, was würdest du das wagen? Boah, das wär schon nice, aber hast du ja nicht, weil du ein Noob bist, Digga! Google mal Power Ranking! Nee, ich google jetzt kein Power Ranking, Digga! Doch, Digga! Doch, 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 doch! Ich kann dir zeigen, dass ich qualified bin! Platz 2, ganz Deutschland! Äh, Platz 3! Bin runtergerutscht! Power Ranking! Bin ich nix, Digga! Power Ranking! Digga, lass mal jetzt wirklich noch eine Runde machen, Digga! Ich sag dir jetzt, sitzen wir jetzt die 90s! Lass mal wirklich noch eine Runde machen! Okay, let's go! So, eine Runde, komm! Wenn du das hier im Nachgang siehst, ich liebe dich dafür, Digga, für deine Reaktion! Ich liebe dich dafür! Das ist genau das, was ich mir erträumt habe, Alter! Okay, gönn dir den Edit! Ist deiner! Oh, starke 90s, Philipp! Bei weitem nicht so stark wie meine! Bruder, ich sag dir, ich verkack nicht ein 90 und du bist trotzdem höher wie ich, Digga! Wie geht das? Ich bin halt einfach krass geworden! Zack, bam, Digga! Der Logon-Warrior flägt wieder zu! Komro! Bruder, hast du jetzt Angst, oder was, hä? Oh! Jetzt bin ich hot, Digga! Okay, willst du noch eins? Digga, jetzt sitzt das Elm, Bruder! Jetzt sitzt die! Okay, okay, Philipp! Let it count! Letzte Runde! Digga, ich bin so fett, Digga! Ich schlaufe alles, ne? Junge, deine Logo-Plays, Alter, sind ja komplett raus! Erzähl ich nicht! Hey! Junge! Philipp! Was ist das? Was? Was ist das? Sag's mir! Warum schießt der nicht? Philipp, Alter, ich schwör, ich liebe dich! Nee, Digga! Digga, ich sag dir, ich war schon wieder so drauf! Er schießt einfach nicht! Komm, one more time! Das würde ich ganz ehrenlos, Alter! Wie du, wenn du hier im High-Ground verkackst, direkt in den Low-Ground gehst, Alter! Ganz seltsames Ding, was du hier machst, Philipp! Oh, das war gut gemacht, Digga! Philipp! Ja, GG, hast dich gut verbessert, Digga! Würdest du sagen, ich bin besser als du? Oh, also Public auf jeden Fall nicht, Digga! Okay! Also Public, Digga, würde ich nicht sagen! Vielleicht 1 gegen 1, Digga, ist ein bisschen getry-harded! Easy, Digga, aber Public würde ich nicht sagen! Okay, da guck mal jetzt mal ganz kurz zu! Schau mal ganz kurz zu, Philipp, wie ich jetzt die 90's crank und wie ich hier gerade editete! Siehst du das gerade? Ja, Bruder, du spielst PC, Digga! Das ist doch kein Ding! Digga, ich spiele auf Weltklasse! Ich bin Power-Ranking-Platz 8, Alter! Ja, ja! Philipp, ist dir in den Sinn gekommen, dass ein Mensch gar nicht so krass sein kann wie ich in Fortnite? Ja, aber gegen wen hast du denn gespielt, Digga? Hä, gegen mich? So! Oder zweifelst du gerade daran? Nee, Digga, ich sag dir, ich hab auch letztes vorher ein Video von dir gesehen, du bist eigentlich krasser geworden! Ja, ja! Aber Philipp, ich muss dir ehrlich sagen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Philipp, du wurdest debated, Alter! Neben mir sitzt jemand, der tatsächlich World Cup fast qualifiziert gewesen ist, ja? Wer denn? Äh, Rias, aus unserem Lost-Clan, sagt dir nichts, merkt dir den Namen, Philipp, der wird dich nur öfter stompen, aber... Ja, Bro, er soll Controller anmachen, Digga, unser Controller kommt, Digga, kein Ding, eins gegen eins, Bruder! Rias will dir kurz was sagen! Moin, ich würde dich auch mit Controller ziehen! Moin! Er würde dich auch mit Controller ziehen, sagt er! Ja, Digga, los, schließ Controller an, Digga, komm! Okay, Philipp! Und auf Playstation! Also er soll auf Playstation mit Frames spielen! Meinst du, du schaffst es? Ich sag nicht, Bruder! Playstation mit Frames? Also ich würde 500 Euro dagegen wetten! Playstation mit Frames, Bruder! Er hat mit Controller gespielt! Okay, Philipp! An der Stelle wurdest du hart auf jeden Fall von mir geprankt, an der Stelle! Ganz ehrlich, du hast doch nicht wirklich gedacht, dass ich so krank gut im Bauen bin! Ja, ich hab mich schon gewundert, aber ich hab gedacht, das bist du übert! Danke dir! Aber es ist voll nett, das ist richtig süß, dass du mir jetzt Fuß raus! Wenn du willst, Digga, wir machen das nächste Mal gerne ein Match! Kannst du mal gegen Rias Playstation spielen? Ja, nice, Digga! Er ist eine Maschine, Digga! Ja, das ist schon krass, Digga, auf jeden Fall! Ich küsste deine Augen, dass du es ausgehalten hast, Alter! Obwohl ich dich die ganze Zeit so getriggert habe! Du bist echt ruhig geblieben! Hätte ich selber nicht geschafft! Philipp, Creator Code? Schatz genug, ey! Haha! Ganz genau! Leute, ihr wisst Bescheid! Schaut auf jeden Fall gerne bei Standardskill vorbei! Schaut auf jeden Fall gerne bei Rias vorbei! Und damit sind wir raus! Macht's gut! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!